Okay, ich hoffe jetzt ja nicht, dass ich jetzt aus irgendwas, irgendeine Dummheit wieder sterbe. Weil fliegen ist nicht so meins. Fliegen und schwimmen, das sind so Sachen, die ich eigentlich nicht wirklich kann. Deswegen wäre ich schon recht froh, wenn ich da wirklich jetzt auch noch weitere Probleme schaffen würde. Okay, das war ein Fehlflug. Da oben ist eine Münze. Die ist in der Wolke. Da komme ich nicht hin. Aber dahin komme ich irgendwie. Oh Gott, ich habe keine Münze geholt. Da komme ich jetzt hin. Ach scheiße. Oh ne, nein, nein. Och ne. Scheiße. Fuck. Boah, das ist jetzt ärgerlich. Scheiße. Das war wohl nix. Ich gehe mal nochmal hier bei die, bei Big Bu. Big Bu, Big Bu, Big Bu, Big Bu, Big Bu, Big Boobi. Oh mein Gott. Ich hab so einen Knall, ey. Ah ja, zum Thema Inkompetenz. Wenn ihr wirklich richtige Inkompetenz wollt, dann guckt ein bisschen bei Adamski in meinem Let's Play Formel 1 2013 rein. Also, Inkompetenz pur. Löse das Bücherei-Rätsel. Erstmal gucken. Unten weiß ich, hier ist keine Bücherei. Unten ist Karussell. Muss hier oben sein. Okay. Jahu. Erstmal hier. Gar nix. Leere Wand. So, Quatsch. Sieht mir aus wie ein... Au. 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 Oh Gott. Au. Okay. Ich hab die Lösung. Ich glaub... Mehr... Mehr falsch hätten... Haben kann man noch nicht, ne? Hm. Doch, darüber. und... Ja. Stern 64. Sehr schön. Oh je. Machen wir trotzdem immer noch weiter. habe ich jetzt eigentlich alles hier versterne schon überhaupt dann mal das ding rauszukriegen hat ist immer schon so ein talent so die 100 habe ich dann habe ich geisterjagd big boost karusselle bücher rätsel finde die acht roten münzen dann mal los da gehen wir jetzt auch wieder her ist hier unten die etagen ab dann die oberen gib mir die gib mir die ob sie mal schaden nur klasse einfach so ist ich glaube münze weg drei rote münzen haben wir schon ich habe es hier welche ja ich weiß aber da kommt man auch von oben hin hier wenn ich als rona fall ne ich nicht mehr der besen nimmt man recht vielleicht muss ich das dann wirklich mal ich hätte ich hätte wetten können ich hätte wetten können scheiße jetzt werde ich geflamed weil ich nicht gewettet das war die vier kommen wir da raus gut das war die letzte tür hier unten schon ich weiß jetzt hier bücher ich weiß gar nicht mehr ja da war bücher und hier ist ah genau dazu kommt man dahin nein nicht runter fallen oder fallen doch runter also manchmal ist mario wirklich ein monger ich finde den seitwärtsschwung einfach übelst geil ist total flexibel da war ich jetzt gerade drin dann geht mal hier rein da da haben wir jetzt auch noch nix lol what the fuck what da ahaha oh mein lol alter das hat mich jetzt leben gekostet da hat mich jetzt wirklich ein bisschen was gekostet hat tat weh so erstmal ein auge machen ach wenn ich jetzt noch gegen das gelaufen wäre ich wäre einfach tot gewesen wie habe ich denn jetzt 2 4 6 7 ich weiß hier kann man irgendwo noch hoch ah da war es das habe ich nämlich im letzten mal auch rausgefunden 4 4 4 4 ok 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 stern ich sehe dich wo bist du ok 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 er ich könnte Finde die acht roten Münzen. Okay. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen gemacht. Gehen wir jetzt nochmal in eine andere Welt. Ich will ein bisschen Abwechslung haben. Immer so eine Welt in einer Welt. Ist zwar Ordnung, aber irgendwie auch doch ein bisschen öde. Ah, ich habe eine gute Idee. Gehen wir jetzt hier rein. Ich glaube, mit der Welt hat die Aufnahmsession begonnen. Und mit der werden wir dann auch gerade abschließen. Keine Angst, für euch geht es danach bestimmt auch direkt wieder weiter. Aber das heißt bestimmt auf jeden Fall. Wieso? Warum bin ich hier reingesprungen? Oh Gott. Gib mir wenigstens noch das Leben, dann sterbe ich ja schon. Arschbombe in die Lava wieder hoch. Da wollte ich gar nicht rein. Mein Gott. Fail zum Schluss. Da wollte ich rein. In Wasser. Will de Wasser werft. Ofne die... Ich habe noch nicht. Gabby.